Ein wunderschönen guten Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Naja, die überarbeitete Fassung quasi. Ja, das weiß ich, danke Price. In der letzten Folge waren wir unterwegs und haben den Wolf geschnappt und jetzt müssen wir die Botschaft vor versuchten Eindringlingen schützen. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, zieht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ja, ja, das ist gemein, aber so läuft das heute. Würde ich nicht drauf wetten, dass es da drin sicherer ist. Schlechter, gelbe Schemm, ja. Sie brechen jetzt durch, wir brauchen einen neuen Extraktionspunkt. Scheiße. Wir müssen den Typen angreifen, Sir. Negativ, wenn Sie es auf dieser Seite schaffen, erreichen Sie den Wolf vor uns. Ich habe nie eine Pistole. Jawohl, Sir. Gut. Geh vor. Mit einer Pistole? Oh, danke. Du, sofort aufwachen. Alle zurück. Wir wollen nur den Wolf. Heute muss keiner mehr sterben. Schlüsselkarte? Ich. Wie stehst, Käpt'n? Lässt du sie sterben? Sie. Bobo, Bobo. Sie. Lässt es jetzt nah. Sie. Okay. Au. Ups. Geh vor. Okay. Wir machen nicht auf. Ich dachte, das gehörte jetzt dazu. Wir wollen nur den Wolf. Heute muss keiner mehr sterben. Schlüsselkarte? Ich. Wie stehst, Käpt'n? Lässt du sie sterben? Sie. Bobo, Bobo. Sie. Lässt es. 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 Mieser Bastard. Hey. Wir kriegen ihn. Jede Wette. Echt? Geh aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus. Samma. Endlich mal ne Knifte, womit ich noch was anfangen kann. In der Tür. Wir wollen den Wolf. Geht die Luft. Lässt es. Lässt es. Lässt es. Lässt es. Geh weg. Das Glas ist kugelsicher. Okay. Sicher. Sicher, dass das sicher ist? Okay. Okay. Gefällt mir besser. Okay, du willst hier rein, ja? Ey, Price, schieb mich nicht durch die Gegend, bitte. Och, nö. Äh, macht jemand hier Tür zu. Ja, danke für die Hilfe. Eine Freude, Sir. Kennen wir uns? Du warst mal auf unserer Seite. Der Wolf war ein Freiheitskämpfer. Das bin ich noch, Bruder. Die Männer des Schlechters sind gleich beim Botschafter, Käpt'n. Okay. Kai, wir machen die Kameras. Für den Botschafter in Sicherheit. Seine Schlüsselkarte öffnet die Hintertür. Die anderen kommen mit mir. Oh. Die Mission. Herr Botschafter, hören Sie mich? Ich versperre die Tür. Stacey, Herr Stacey. Botschafter. Oh mein Gott. Körn euch. Nein, 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 nein. Nein. Halt, nein, nein, nein. Scheiße. Käpt'n, der Botschafter ist tot, aber ich kann seine Assistentin zu Ihnen führen. Mach das. Hallo. Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Hier spricht Sergeant Kyle Garrick. Stacey. Stacey, der bitte. Tun Sie, was ich sage, dann bringen wir Sie in Sicherheit. Hm. Ach so, äh. Nehmen Sie die Schlüsselkarte des Botschafters und gehen Sie zur Tür. Ähm, ne, warten. Geh woanders hin. Ja, tut mir leid. Geh um die Ecke. Geh um die Ecke jetzt, verdammt. Okay, hast du wohl doch nicht vor. Na, dann geh da lang. Ach, ja, geh. Jetzt kriegst du die Tür so einfach auf. Okay. Da ist ein Rollwagen bei der Tür. Bleiben Sie unten. Okay, los geht's. Säule. Wo ist der? Wo ist der? Was soll ich tun? Warten. Da ist der beschissene Schlechter. Ich weiß es nicht. Lüg mich nicht ab. Der Wolf bist hier. Sag mir wo. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin der Mann. Warte, red nicht. Sonst, jemand stirbt, jemand weiß. Sie sind ein Rollwagen beim Bücherregal. Gehen Sie. Ich habe aber niemand anderen. Andere Seite. Hast du in meinem Land nichts verloren? Verstecken Sie sich bei der Leiche. Dies ist nicht euer Land. Nein, warte. Bitte. Rein. Sollen wir in euer Land eindringen und eure Leute... Nein. Oh. Aha. Da war ich zu vereilig. Das ist nicht euer Land. Verstecken Sie sich bei der Leiche. Nein, warte. Bitte. Sollen wir in euer Land eindringen und eure Leute... Jetzt kommt der Misssack. Nein, aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, das tun sie. Gehen Sie jetzt zur Tür. Gehen Sie zum Korridor. Los. Zur Tür. Los. Ah. Okay. Hm. Sind da hinten... In die Parzelle. Los. Sollte keiner sehen. Oh, mein Gott. Aiden. Nein, nein, nein. Stacey. Nehmen Sie das Telefon. Ich wohne nicht mehr. Stacey. Verstecken Sie ihn zurück. Nein, ich schreit, Aiden. Nicht schreien, Stacey. Nicht bewegen. Ich will nach Hause. Ja, ich auch. Wir machen das, Stacey. Sie sind fast draußen. Er ist weg. Gehen Sie zum Arbeitsplatz. Nein. Okay, ich gehe los. Raus. Zum nächsten. Los. Hm. Oh oh. Links. Sie werden mich finden. Äh. Unter den Schreibtisch. Nein. Ach komm. Ah, ich hasse sowas. Ich auch. Wir machen das, Stacey. Sie sind fast draußen. Er ist weg. Gehen Sie zum Arbeitsplatz. Okay. Ich gehe los. Zum nächsten. Los. Wir versuchen es mit ein bisschen Tempo in der Hoffnung, dass sich da keiner umdreht. Gehen Sie zum anderen Arbeitsplatz. Okay, jetzt nächstes hier rum. Los, los. Dass ich immer so schön weiß, welchen Arbeitsplatz ich gerade meine. Da steht eine Wache beim Ausgang. Sie müssen sie ablenken. Was muss ich tun? Äh, den Kopierer. Gehen Sie zum Schredder. Den schalten wir mal ein. Gehen Sie um die Ecke. Drücken Sie sich an die Wache. Nein. Ach, ist doch nicht wahr. Halt die Fresse. Da steht eine Wache beim Ausgang. Sie müssen sie ablenken. Ach, muss ich tun. Gehen Sie zum Schredder. Okay, der geht da lang. Einschalten. Gehen Sie um die Ecke. Drücken Sie sich an die Wand. Rennen Sie zum Ausgang. Los. Raus, 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 raus. Stacey. Stacey. Oh, Price, du Held. Wow, ey. Oh, ich hasse solche Missionen. Die Botschaft ist gefallen. Marines richten einen Sammelpunkt an der Botschaft der Residenz ein. Hier spricht Captain Price, SAS. Wir arbeiten uns Zeug vor. Garrick, wir gehen. Verstanden. Hört hier. Achte auf Sulaman. Captain. Was ist der Plan? Wir stoßen am südlichen Gelände zu den Marines. Wo ist das Gelände? Es ist nicht weit. Durch die Gasse auf der anderen Straßenseite. Alles klar, Garrick. Aufmachen. Äh, ich? Äh, was? Wo? Hier. Nicht? Achso, da. Äh, warte. sie sind hier unterwegs ich war das nicht meine kanotte war das nicht die ganze auf der anderen straßenseite los eco 3 1 sie können vorrücken verstanden wir kommen zu ihnen auf aktivität achten verschwindet hier draußen ist es nicht sicher dass das gelände ja ja ich schwinge entschuldigung auf meinem handy war noch irgendein stream gewesen den hatte ich im background laufen und irgendwie nachdem der vorbei war hat es zu irgendeinem video geschaltet ich werde weg sein aber wir sehen uns wieder ich brauche munition geben sie mir irgendwas wir haben die ganze verdammte stadt gegen uns nur eine drohne in reichweite mit wenig treibstoff die bleibt nicht lange oben schicken sie sie her 06 ende die marines kümmern sich um nachzügler bei der botschaft da draußen ist nichts die kommen wieder von der anderen seite ich werde es so machen sie hat recht auf der anderen seite vom dach neu positionieren die stellung sicher ich will das ganze feld im blick haben na ja ich will sicht auf das café ist es jetzt direkt voraus Ja, warte, 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 warte. Okay. Ja. Die steigen ins Auto, oder? Äh, da kommen Bewaffnete. Da muss ich nichts untersuchen, die sind bewaffnet. Kämpfer, die suchen uns. Sie nähern sich. Scheiße, hab sie verloren. Alex? Alles ruhig. Moment, da ist Aktivität. Mitte des Felds, elf Uhr. Wo? Negativ. Ist nur der Wind. Klappe halten. Die beobachten uns, Käpt'n. Noch ein Wort und ich schick sie da raus. Ja, Sir. Der gute IT-US-Soldat 1. Sie zählen auf die Lichter. Haben wir Angriffsfreigabe? Was denn angreifen? Wir sind blind. Still. Augen aufs Gras. Feuer, ein Leuchtsignal ab. Wir schalten sie im Licht aus. Leuchtgeschosse. Mach es hellkeil. Ich mag es lieber dunkel. Achtung, Sprengung. Da laufen welche. Hitten auf dem Feld. Angreifen, angreifen. Angriff. Ähm. Spanier. Spanier. Haben wir auch Mörser ohne Licht? Also Mörser, die einfach nur ihr Mörser-Ding machen. Hat den Kopf unten. Wo zum Teufel sind sie? Ich sehe einen Scheiß-Dreck da draußen. Ja, ja. Ja, sei mal nicht so übereifrig. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Sonst gehen aber gleich die Leuchtgeschosse aus. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Na, einmal kann man noch. Na, super. Da höre ich doch was. Ah, Autochin. Okay, das war's mit Licht. Oh. Oh. Gut, dann geh ich jetzt runter. Oh, okay. Na, ach, ich bin schon unten. Wow. Verteidiger ist Gelände. Womit denn? Mit dem bisschen, was ich noch in der Knifte habe. Tolle Idee. Na, da war noch wer. Wow. Da war noch viel mehr. Ja, ich auch. Komm, jammer nicht. Oh mein Gott. Ich wurde angeschossen. Ja, ist halt so. Du wirst es überleben. Äh, außer du wies drauf. Je nachdem, ne? Alter. Fahrer. Ei. Okay, die gehören zu uns auf dem Dach. Na, ich schicke mal denen mal eine kleine explosive Botschaft. Ah, klar. Oh. Oh. Woher kommt die ganze Munition auf einmal? Ja, das gefällt mir dann. Okay, ähm, kommt auch mal Verstärkung? Nur so eine Idee. Ich frag für einen Freund. Wo ist, wo ist Norden? Da ist Norden. Und nicht da rausgehen. Sergeant, einpacken und zu mir. Roger. Woho. Bravo 6, hier ist Jaguar 4.1 für Luftunterstützung. Waffenscharf. Verstanden. 4.1 auf Ziele warten. Hey, die gehme ich doch. Eine Drohne. Treibstoff gering. Habe ich dann. Das... Oh. So was mag ich. Du musst Ziele markieren. Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verschwinden. Negativ. Wir halten diese Position. Danach können wir weitersehen. Geben wir ihn auf? Vielleicht müssen wir das. Bravo, wir brauchen sofort diese Brust. Auf dem Weg. Dach, los. Alles klar. Ich dache. Sehr gut, Fahrer. Los. Nein, wir kommen. Stehen wir nach oben, Start. 06, Jaguar 4.1 für ihn für Feuer. So. Sag mal, was war denn das jetzt? Okay, Laser markierung. Wie auch, kann ich den Spaß machen? Oh, das ist... Äh... Anscheinend nicht so oft, wie ich möchte. Okay. Der Laser ist mein bester Freund. Schönen. Huch. Das könnte ich den ganzen Tag machen, ne? Aber wahrscheinlich soll ich das nicht den ganzen Tag machen. Ähm... Hallo? Fehlt da noch wer? Unbekanntes Fahrzeug am Ende des Feldes. Zivilisten? Oder eine Autobombe. Es kommt auf uns zu. Sind Sie bewaffnet? Nichts. Bestimmt. Ah, weiß ich nicht. Ich trau der Ruhe nicht. 06, Jaguar 4.1. Aus dem Ost nähern sich Ihnen Feinde. Over. Bestätigt. Rakete gestartet. Verfehlt. Gefeuert. Okay, ein bisschen weiter vorne. Jetzt. Okay. Wart noch ein bisschen. Ja. Ein Schlag. Feuere. zu nah wollen wir es nur auch nicht machen ist okay mach mal und mach es bitte schneller der hat gesessen glaube ich jedenfalls auch guck mal da kommen welche wenn hier in norden ist es da süden na war ja klar hat ja zu viel spaß gemacht genau das heißt das was macht ihr da das irritiert ein bisschen wow das wird wieder was ja das weiß aus welcher das da ein bisschen mehr werfen wir einfach hier planaten runde haben aber auch keinen anstand nein ich habe so ein bisschen das gefühl irgendwie egal wie viel ich ausschalte es werden immer wieder welche kommen hat hier ist es nicht du wirst so auch so ein toller schütze dann mach mal na toll jetzt juckt die nase immer im falschen momento stimme doch nicht im weg ja ja ihr spawnt einfach mal so einfach random ja das ist ja immer so rutschen muss wenn du außen rennen in die hocke willst ja mein gott ist jetzt nicht gerade mein lieblingshobby aber ja okay wir sind am zielgebäude gehen rein dann hier brauchst du nö brauchst du nicht was war denn das war ja ein netter versuch ich bin zwar doof aber ganz so doof bin ich nur auch nicht so guck mal kann ich auch ich wär im wahren leben jetzt tot alle einheiten hier bravo 26 alle mörser ausgeschaltet das gebäude ist sicher zurück zum gelände hast du mich jetzt gerade durch die tür getreten ey dafür werde ich der na herrlich warte nur okay ja dann können wir doch außen rum ich laufe doch nicht über das gelände wenn ich hier außen rum gehen kann keine munition mehr ach ja ach ne wirklich wollen sie das bist du sicher bist du wirklich sicher ups hat hier Entschuldigung war keine absicht wow halt die fresse hat der ein scheiß sprengsatz noch gehabt der halb und ich krieg ja halb in mein mikro rein mann 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 liebe ich das aber soweit ich mich erinnern kann ja habe ich es auch beim ersten mal wo ich es gespielt habe gleich verkackt beim ersten mal was habt ihr es verstanden irgendwas mit der einzige fliege na jetzt ja da kommst du nicht hoch ne oh Stacy wenigstens eine sekunde muss ich ziehen es tut mir leid na klar sie sind durch die Mauern verdammt sie haben ihn Captain wir finden ihn Adir bring dein Team zur Kreuzung bring alle die du hast ja Schwester was ist der Planfahrer der Wolf ist jetzt beim schlechter Terrorzellen in der Stadt verstecken sie Bravo wird jedes Haus durchsuchen meine Leute helfen wenn sie in die Berge entkommen wollen gibt es nur einen Weg Tarik Almut die Straße des Todes Russen haben sie bei der Inversion zerbombt und die Fliehenden getötet bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf ich habe Hadirskämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition auf der Lauer für den Wolf der Highway ist unter uns Hadir's Verstärkung ist in Position für den Wolf wir draußen kriegen uns die Russen leicht ja die Zeit ist knapp Barkovsmänner jagen uns er hat keine Kontrolle er will sie zurück alles klar Freunde vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen aber an dieser Stelle mache ich Schluss für heute und wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like oder ein Abo da schreibt einen Kommentar das hilft mir sehr aber Hauptsache ihr schaut das Video bis zum nächsten Mal Euer Scotty Ciao Ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal